Juppies Leute was ging und zwar fünfte Woche der Living Room Cup Challenge Jetzt ist Rory McIlroy dran, ja der macht ein paar Gaps und ja ich würde sagen Hauen wir mal direkt rein, ab zur nächsten Challenge Ok Rory, Challenge accepted Ok Rory, Challenge accepted So Leute, auch ganz schön harte Übungen muss man sagen Aber ich meine generell Sachen auf 100% zu machen, 45 Sekunden ist eigentlich immer irgendwie hart Von daher auch eine sehr gute Übung für die Oberarme, Oberkörper, alles was hier so zu tun hat Sogar Stabilität im Bauchbereich zu den Füßen hin Das ist eine sehr gute Übung Leute, kann ich euch nur empfehlen Und ja, ihr wisst Bescheid, falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal